Herr Bolliger, der erste Bewerber, Herr Blüss, wäre jetzt bereit für das persönliche Gespräch mit Ihnen. Dankeschön, Frau Huber. Schicken Sie ihn Ihnen. Nehmen Sie Platz. Frau Huber, bringen Sie bitte das Dossier über Herrn Blüss. Ah, danke, Frau Huber. Bitte gerne, Schatz. Also, gerade viel haben Sie noch nicht gemacht in Ihrem Leben, Herr Blüss. Vielen Dank für Ihr Besuch. Sie gehört von uns. Herr Bolliger, Peter Malamann wäre jetzt bereit. Darf ich ihn hineinschicken? Ja, schicken Sie ihn hinein. Ja, kommen Sie nochmal, Herr Malamann. Nehmen Sie Platz. Frau Huber, jetzt noch das Dossier über den Malamann, bitte. Aha. Malamann. Malamann. Keine halbe Sache. Peter Malamann. Untertitelung des ZDF, 2020